Hallo und willkommen zurück. Ab jetzt sind wir Raketenbauer, meine lieben Freunde. Wir bauen ab jetzt Raketen. Angenehm oder nicht, ich weiß es nicht. Aber dem ist es halt so. Dementsprechend, meine lieben Freunde, lasst uns anfangen, ein bisschen Forschung zu sammeln. Wir müssen nämlich sehr, sehr viel sammeln. Ich glaube, wir machen erstmal das hier. Zehn Proben. Klar, wir brauchen dafür, obwohl... Ich glaube, wir erproben erstmal das Auto. Allgemein. Wäre, denke ich, mal auch das Klügste. Also stromtechnisch sind wir auf jeden Fall sehr gut ausgestattet gerade noch. Wir könnten vielleicht noch eine Windkraftanlage oder so gebrauchen, aber ansonsten... Das ist halt kacke, dass das hier... Ja, aber ist egal. Ist egal. Erstmal nicht aufregen, meine lieben Freunde. Nicht aufregen. Wir müssen... Wir müssen diese speziellen Fabrikate... Habe ich mies Bock drauf. Und wir müssen endlich dieses Wasser einsammeln, was da draußen liegt. 3, 2, 1, meins. So. Aber egal, egal, egal. Äh, wir lassen uns jetzt gerade ein bisschen zu sehr ablenken. Wir brauchen immer noch... Mies viel Stuff. Um es mal offen und ehrlich zu sagen. Darunter auch mies viel Eisen. Auch wenn wir in letzter Folge irgendwie 2, 3, 4, 20er Slots gemacht haben. Die sind alle irgendwie gefühlt schon weg. Na, komm her, du Bastard. Eisen. Zum Glück gibt's hier keine Kohle oder sowas, die du hier verfeuern musst. Ey, sonst... Wenn wir nächstes Jahr noch beschäftigt, sag ich ehrlich. So, wir brauchen aber auch Erz... Wir brauchen noch mehr Samen von den... Äh, Dings von diesen Knollensamen da. Na, komm her, du Bastard. Ah, du mieses Stück Scheiße. So. Den letzten Satz habt ihr nicht gehört. Also, wir laufen noch weiter bis zur Hälfte und dann laufen wir wieder zurück. Wir brauchen diese Knollensamen. Also, erstmal... Das ist, denke ich, mal klar. Also, wenn wir diese Knollensamen haben, dann haben wir... Ich glaube, wir sind jetzt genau über der Hälfte. Ja, da sind die Knollen. Ich kann mich nämlich gerade noch so an die erinnern, muss ich ehrlich sagen. Die geben auch Wurzeln, aber 90% der Zeit geben die keine... Äh... Dinger, wie heißen sie? Äh, Samen ab. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen... Ein bisschen Sass. Aber diese Teile sind auch arschselten, wenn man nicht aktiv danach sucht. Von daher... Boah, jetzt müssen wir uns zurückbewegen. Wir müssen ein bisschen lernen, auf ein Sauerstoffgehalt zu achten. Das ist echt schlimm bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ach, krass. Ich habe gerade zum ersten Mal gesehen, dass er oben pausiert steht, wenn wir dann auf der Karte sind. Das heißt, wir haben dann immer noch genauso viel Zeit wie vorher. Krass. Wusste ich gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, für den ersten Durchlauf, mit erster Mission irgendwie gefühlt, glaube ich, wir schlagen uns eigentlich ganz gut. Also, ohne das Glaube, eigentlich und so. Ich glaube, wir schlagen uns ganz gut. So. Jetzt direkt den nächsten. Dings erforschen. Währenddessen lager ich die Nahrung ein. Und es wird mehr Eisen produziert. Gebt es doch zu, ihr wollt alle mehr Eisen sehen. Und dich füllen wir da rein. So. Ja, in der Nacht können wir das machen. So. Wir gehen nämlich jetzt weiter. Wir gehen nämlich jetzt immer weiter nach oben. Und wir gucken uns nebenbei den Zustand unserer Anlage an. Scheiße. Das ist so eine Kacke, das mit den Dings. Wenn wir 15 haben, glaube ich, packe ich erstmal direkt 15 in dieses Leckverdichtungs-Set da rein. Damit wir selten da so eine Scheiße haben. Ach, Kacke. Ach, nee, wir haben ja eh den Slot dabei. Ja, dann ist es egal. So, Eisen brauchen wir nämlich eh safe. Also spätestens, wenn wir die Rakete bauen. Äh, das wird nämlich eine ziemlich heikle Geschichte, glaube ich. Also von daher, ich halte mich da ganz flockig zurück. Äh, mit, äh, wir brauchen dies nicht, wir brauchen das nicht. Ich sag euch nämlich ganz ehrlich, äh, ich hab unten schon wieder dieses Wibbern gespürt. Das hört man nämlich auch den Ort da oben. Das ist unglaublich, wir teilweise, ne, wir gehen hier unten, weißt du, sind wir unter der Basis, sind wir irgendwie 10 Kilometer weit gerannt. Aber oberhalb der Basis, direkt vor der Haustür, direkt erstmal so eine Katzenperle. Keine Ahnung, also ich weiß jetzt nicht, ob das Katzenperlen sind oder so, ich weiß nicht. Ah, lang gemacht. Da waren wir hier schon. Ne, hier waren wir noch nicht. Hier unten habe ich nämlich diese Schnegu gehört. Ja, da unten rechts, links ist er. So. Wir müssen uns aber weiter bewegen. Wir brauchen noch mehr Stuff. Mehr. Alter, sind hier viele Knollen. Junge, ich hab da unten gehungert, hab die ganze Zeit diesen Pflanzenfraß gefressen. Ich meine, wenn da sogar Fraß im Namen ist, dann weiß man, dass die Kacke nicht gut schmeckt. Was ist das nicht da oben überhaupt? Holz. Achso. Ja gut, wenn es braun ist, ist Holz. Ja, macht den. Das sind jetzt aber auch die letzten, die wir einsammeln. Äh, jetzt gucken wir uns noch einmal hier oben an. Irgendwann müssen wir den Mist ja sowieso flächendecken, der Kunden, ne? Habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Ich hoffe, die Steuerung von dem Auto wird schmackhaft. Komm schon. Geil. Und genau 20 Erz, ey. Sind wir weit weg. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Renn, Bro. Wenn du leben willst, renn. Oh, ist hier, hier Erz. Renn, Mann. Du bist viel zu langsam. Ja, nein, 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 nein. Boah, 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 boah. Forsch weiter. Forsch. Wir brauchen die Forschung. Oh, geil, Wasser. Water. Oh, scheiße. Dass es immer nach unten fällt, ne? Das ist so eine Kacke. Ja, egal. Okay, jetzt erstmal Forschung. Das. Sofort. Also mittlerweile, es geht nur so auf den Sack. Ich hoffe, das hilft. Weil bis wir Kristalle haben, das dauert ein bisschen. Wie sieht es eigentlich mit der Energieversorgung aus? Ja, wir haben ein ganz kleines Defizit. Also. Ja, wir könnten auch zwei Windräder hier hinstellen. Ja. Wir machen davon direkt mal drei Stück. Ich weiß, es ist ein bisschen too much, aber ich sag ganz ehrlich. Was war das denn? Ach, krass. Nein, der Samen ist rausgefallen. So. Dass wir so wenig Samen bekommen, ne? Das ist Todesscheiße. So. Beschichtung können wir erstmal noch ein bisschen was produzieren. Und rein da. Also langsam müssen wir auch mal darüber nachdenken, wie da, ich wollte gerade sagen, Stahl zu sammeln. Nein. Also diese alternativen Energiequellen da, das hier. Raterlich für radioaktiven Zerfall. Das hört sich. Blütschermaschitz. Wenn wir zur Batterienergie umwandeln. Das hört sich schon geil an, sag ich ehrlich. Aber ich sag auch ziemlich ehrlich. Also Steinboden wäre mir, glaube ich, sogar lieber mit Holzboden, muss ich ganz, ganz, ganz... Haben wir nicht zwei? Ach, jetzt haben wir zwei. So. So. Sammeln wir da in der Gelegenheit auch ein bisschen Eis. Weil ich hab eben gesehen, wie viel von dieser Kacke wir brauchen. Und wie viel wir allgemein in der Base haben. So. Das können wir erstmal auf klein... Ja, nice. Okay, den Rest packen wir hier rein. Da haben wir wieder 18. Das reicht. Äh, die Knollen. Wir brauchen wieder Gras, ne? Ja, wir brauchen ziemlich viel Gras. Ich glaube, wir gehen eben auf Pflanzentour. Und sammeln von der ganzen Kacke hier so viel. Ah, da unten steckt eine Flasche. Komm her. So, fertig. So. Wir brauchen nämlich was zu fräsen. Was zu fräsen. Was zu verknusen, meine lieben Freunde. Wir brauchen was zu verknusen. So, erstes. So traurig, dass es auch wirklich nur eins gibt. Zweites. Und schon wieder nur einer. Zweites. Hä? Stehen die Dinger noch nicht so lange genug, oder was? Warum geben die alle nur eins? Ach, Hauptsache die geben zwei, drei und so. So, gib mir drei. Einer. Super. Und Gras. Wo ist noch mehr Gras? Ich brauche Gras. Komm schon, gib mir Gras. Ein Pfill nehme ich auch. Na komm, und wo kommst du? Ah, Erz und Stein, natürlich. Natürlich ist seine Hauptaufgabe nicht, mich zu töten, sondern mir meinen Inventar zuzumüllen. Die hat er auch sehr effektiv gemeistert. Da ist er. Geil viel. Gras. Du Arschloch. Außer zum Schutz der Wälder. Ich glaube mittlerweile, dass diese Mune-Base hier, dass das hier die Erde widerspiegelt. Also bin ich mir mittlerweile relativ sicher, weil wir mit allem Müll, den wir finden, bekommen wir halt... Oh, drei Gras. Geil. Nochmal dreimal Gras. Wie geil ist das denn? Ich kann nicht mal aufhören, mein Inventar zuzumüllen. Weißt du sonst? Du killst die, sonst kriegst du einen Feuchten. Ne, gar nichts kriegst du. Und jetzt mittlerweile, du killst die Dinger, äh, mein Inventar ist so gut wie voll. Ich kann mich da um nichts mehr anderes kümmern. Ach ne, wo ist denn weg? Zipper, zipper, zipper. 600 was. Ah. Das war das letzte. Kacke. Wir haben 10 Points. Das heißt erstmal... Fahrzeugtechnologie. Ich weiß mal, liebe Freunde, ihr habt da bestimmt etwas dagegen. Aber... Oh. Geil. Und wir brauchen noch einen Garden. mal... du hier... hier wird jetzt von Raum in den Garten umfunktioniert. Ach, brauche ich noch einen Dichterbarm. Oh. Krass, was zu fressen. Du wirst auch was zu fressen. So, du kommst hierhin. Du kommst hierhin. Du kommst hierhin, du kommst hierhin. Warum hab ich Hartz eigentlich bei was zu essen gepackt? Ohne, manchmal bin ich mal ein bisschen blöd, muss ich ehrlich sagen. So. So. Ich hab immer noch keine Dichtung mitgebracht. Da. So, jetzt bauen wir uns einen dicken, fetten Garten. Okay. Wir haben schon wieder zwei Slots von dem Dingern. Ich dachte gerade, mir geht... Okay, wie viel Energie brauchst du? So. Warten wir. Die brauchen sechs. Also fünf irgendwas. Komm mal. Kommt zu wissen. So. Nahrung, Nahrung weg. Du kommst hier rein, du kommst hier rein. So. Boah, sieben Flaschen Wasser haben wir mittlerweile, ne? Gross. Gross. Muss mal gucken, wie ist denn alle Salatzellen. Natürlich geht der... Wer liegt nicht am Zuckerstück? Also das mit den Salatzellen ist echt kacke, muss ich ehrlich sagen. Also das hätte man besser machen können. Klar, man kann die überall hinstellen, das ist das Positive, aber... Pfff. Er zeugt. Loll, das habe ich ja gar nicht beachtet. Das zählt ja auch als Hindernis. Oh, ich bin blöd. Ja, zum Glück habe ich mehrere von den Kabeln gebaut, ey. Kann ich direkt noch ein paar machen. Hier. So. Jetzt haben wir vier. Das sollte erstmal reichen. Ich wundere, dass der auch ein bisschen langsamer läuft. Ey, oh, ich bin so blöd. Ach, die Salatzellen zählen nicht dazu, oder was? Was? Das hier war nicht dumm. Obwohl, ne, dahin setze ich's nicht. Ich setze ich da hin, dann kann ich da immer noch durchlaufen. Und hier habe ich ein Favorite dafür, überall durchlaufen zu können. Oh, die nächste Batterie, wo kommt sie hin? Da kann sie nicht hin. Jetzt setzen wir sie hier hin. Jetzt setzen wir hier schon mal die Connection für... Ja, Energie. Geil. Du hast echt keinen Hindernis durch die Salatzellen? Tatsache. Das einzige, was sie blockiert ist, halt dieses... Ah, bin ich schneller auf dem Teil? Krass. So. Oh, ne. Oh, ja. Oh, der macht direkt 60. Ähm... Ja, wir müssen Dings produzieren, ne? Ja, ne Garage. Wir brauchen langsam im Möglichen Bau und Reparieren und Aufladen von Fahrzeugen. Öh, wie viel hat der? Im Ball können wir gleich auch direkt ein paar mehr Windräder produzieren. Wo mache ich die Garage hin? Kann man die auch drehen? Nein. Ich denke, ich mache sie nicht da hin. Ich denke, ich mache sie sonst hier hin, weil wir auf der Seite besonders viele unterwegs sind. Ja, das muss ich echt sagen. So, Holz. Ich glaube, ich habe hier noch mehr, ja. Noch mehr Holz. ... ... ... ... ... Natürlich wird genau der Luftfilter undicht. Geil, wir haben mittlerweile so viel Wasser, ne? Wasser kann man nur zu 10er-Stacks decken? Nee, reu dich. So. Ich will aber... Pilze, 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 Pilze. Und dich hier. Ein, zwei. So, und dann... Gucken wir erstmal später noch, ob wir Elektronik brauchen. Du hast zwei Motoren, ne? Ja, du hast zwei Motoren. Es ist so traurig, ne? Immer erst... Eine Battery. Dann brauchen wir den nicht mehr. Den brauchen wir auch nicht mehr. Die Pilze packe ich jetzt nicht mehr. In den anderen. Weil, Leute, Realtalk, Pilze, brauche ich nicht unbedingt in dem, äh, wo ich Sachen esse. Ich bin nicht ehrlich. Oh, was? Oh, was? Boy, ich kann driften. Oh, wie geil ist das denn? Fahrzeugladezustand 500%. Kann ich parken? Oh, wird aufgeladen. Wie kann ich den Wagen verlassen? Wie kann ich den Wagen verlassen? Bleib ich jetzt für immer in dem Wagen drin? Hä? Ich habe mir vorher die Fahrzeugsteuerung durchlesen müssen. Warum war ich jetzt hier drin? Wiltalk, ich versuch's jetzt gerade. Escape. Option. Steuerung. Ginge, Taschenlampe, Zeige, Karte, Technik, Kacheln, Apportieren. Fahrzeug betreten. Fahrzeug, Handbremse, Bohrer. Nein. Fahrzeug betreten ist Enter. Fahrzeug verlassen ist auch Enter. Jiii. Jiii. Was ist das denn für eine Steuerung? Ist ja ekelhaft. Aber ist geil. Aber ist geil. So. Mit dem Fahrzeug erkunden gehen wir in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Mal wieder ehrenhafte Fortschritte gemacht. Ich wünsche was. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.